Musik Ja, hallo meine schokoladigen Schokoladenliebhaber mit Brownie-Geschmack. Hä? Leute, ich glaube noch schokoladiger kann ich mein Testvideo nicht ankündigen, oder? Ich habe hier eine neue Milka-Schokolade für euch im Test. Und für Leute, die nicht auf Milka stehen, habe ich auch was für Leute mit Oreo, die auf Oreo stehen. Besser gesagt, eine Kombination aus beiden. Und zwar die Milka-Oreo-Brownie-Schokolade. Sie ist nicht neu. Ich habe sie auch schon mal für euch getestet vor drei Jahren in einem ganz kurzen Video im Hochformat. Schaut da bitte nicht rein. Es ist furchtbar. Nein! Ähm, war nicht ganz mein Fall, ja? Weil das war Schokolade mit Schokokeks und doppelt Schoko. Das hat man einmal gegessen und dann gut. So, das wusste aber Rebecca nicht. Denn Rebecca ist immer ganz lieb und denkt an mich und hat mir mal diese Milka-Oreo-Brownie-Schokolade zugeschickt. Und sie wusste noch nicht, dass ich sie schon mal gegessen habe. Ähm, wie gesagt, jetzt machen wir mal ein Testvideo, was etwas vernünftiger ist. Wie gesagt, ich habe sie auch vor drei Jahren das letzte Mal gegessen. Ich mag ja sehr gerne die Milka-Oreo-White. Das war mal meine allerliebste Lieblingsschokolade. Ähm, ich finde sie immer noch lecker. Allerdings habe ich ein bisschen zu viel davon gehabt, dass ich jetzt ein bisschen mal Pause brauche. Also, am Anfang hat sie ein bisschen mehr geflasht, aber sie ist echt immer noch richtig lecker. Gehört immer noch zu meinen Top-Favoriten, was Schokolade angeht. Hier jetzt mal, ja, die Oreo-Brownie-Version. Also, für Brownie-Freunde. Es gibt ja diese Oreo-Kekse. Ja, es gibt ja diese Oreo-Brownies. Äh, die mag ich auch nicht. Ähm, finde ich furchtbar. Also, es gibt wirklich Oreo-Kekse mit einer Brownie-Schokocreme-Füllung. Die finde ich absolut schrecklich. Die Schokolade, ich habe sie jetzt nicht schrecklich in Erinnerung gehabt, aber dadurch, dass ich das immer ein bisschen too much finde, wenn eine Schokolade noch mehr extra mit Schoko ist. Und Brownies ist ja auch nicht so wirklich meins. Aber, Leute, hier, ihr seht hier diese Milka-Schokolade. Und ihr seht hier schon eine richtige Keks-Füllung. Es ist auch noch eine Milka-Schokolade mit der alten Rezeptur. Die Rezeptur, wo die erneuert, schaut auch gerne hier oben ins Test-Video zu. Und, ähm, ja, es ist letztendlich eine Milka-Schokolade mit Oreo-Brownie-Keksen. Das Ganze ist sehr crunchy. Oh, ja. Oh, er schmeckt irgendwie geil. Also, man muss Bock drauf haben. Es ist sehr schokoladig. Es ist jetzt nicht so schokoladig, dass ich sage, es ist zu herb, aber es ist schon sehr... Es ist eine Schokolade mit einer Schoko-Kekscreme-Füllung. Und das Ganze ist wirklich nochmal sehr crunchy. Und ihr kennt alle Oreo, ja? Dieser Oreo-Geschmack. Dieses, äh, dieser röstige Oreo-Keks-Geschmack. Und der hier ist wirklich sehr präsent, sehr vertreten. Ähm... Und ich bin nicht der allergrößte Brownie-Freund, habe ich ja schon mal gesagt. Aber... Diese Schokolade schmeckt nicht nach Brownie. Sie schmeckt wirklich wie eine normale Milka-Alpen-Milch-Schokolade mit einem Oreo-Keks innen drin. Also, von Brownie schmecke ich hier nix. Es schmeckt wirklich wie eine Milka-Schokolade mit einer knusprigen Oreo-Füllung. Klar, es ist sehr schokoladig und auch sehr süß. Mh. Ich finde sie auf jeden Fall besser, als damals. Es wird immer noch nicht meine liebste Lieblingsschokolade sein. Aber es ist lecker, sie mal wieder zu essen. Ich habe sie von Rebecca zugeschickt bekommen. Sie hat sie, glaube ich, aus Holland. Ich habe sie aber auch ein paar Male, also letztes Jahr oder vorletztes Jahr, habe ich sie auch noch bei Rewe gesehen. Da habe ich gedacht, gut, hast du mal probiert, brauchst du nicht wieder mitnehmen. Aber ich weiß, dass es sie vor kurzer Zeit auch noch bei Rewe gab. Also, ihr müsst nicht extra nach Holland, um diese Schokolade, ähm, ja, zu probieren. Aktuell ist sie aber nicht mehr im Sortiment, Leute, ja. Also, sie ist tatsächlich, ich bin ja fast immer in jedem Rewe. Also, ich habe sie, sie ist nicht mehr im Regal zu finden. Ja, ist einfach so. Na toll! Ihr müsst sie entweder bestellen oder die angebrochene Packung von mir hier, äh, vielleicht fragen, ob ich sie euch zuschicke. Aber das mache ich nicht, weil ich finde sie tatsächlich sehr lecker. Ich bin kein Brownie-Freund, aber die Schokolade hat nichts von Brownie. Sie schmeckt echt wie ein Oreo-Keks, umhüllt von einer dicken Milka-Schokolade. Es ist sehr knusprig alles. Ich finde das lecker. Es ist auch nicht zu süß. Finde ich gut gemacht. Ich würde dir sieben Punkte geben. Danke, Rebecca, dass ich sie nochmal testen durfte, nochmal probieren durfte. Ähm, ich hätte sie mir jetzt so nicht nochmal gekauft. Aber, ja, ich danke dir, dass ich sie trotzdem nochmal bekommen habe.